Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyrony. Ja, bevor ich weitermache, erstmal kurz was Organisatorisches, was ich schon in anderen Let's Plays erwähnt habe, aber hier auch nochmal zur Vollständigkeit erwähne. Und zwar habe ich vor, die, nennen wir es mal, Qualität meiner Videos etwas zu verbessern, indem ich versuche, die Störgeräusche, also zum Beispiel meine Atmung und meinen PC-Lüfter, der zur Zeit ein bisschen lauter geworden ist, ich weiß nicht warum, ich habe schon danach geguckt, aber er wird nicht mehr leiser, wahrscheinlich ist er einfach alt. Ja, wie gesagt, ich versuche diese Sachen einfach mal mit meiner Render-Software ein bisschen rauszufiltern, deswegen wurdet euch nicht, dass vielleicht ein bisschen was anders klingt als gewohnt. Gut, wir machen weiter und zwar wollten wir vom Turm des Berges in Vendridsbrunnen, da sind wir doch gar nicht, wir sind doch auf dem, genau, Turm des Sonnenuntergangs sind wir jetzt gerade. Der Turm des Berges ist hier drüben. Das würde ich aber gerne als nächstes halt machen. Wobei. Du bist der Feuerlehrermeister. Du kannst Lyra Feuerzauber beibringen. So, erstmal das. Und dann müssen wir noch bei Lyra schnell in das Zauberbuch gucken. Und uns aus Feuer und diesem hier einen Feuerzauber machen. Intensitätssigil. Würde bei ihr sogar auch noch gehen. Reichweite, Erholungssigil bringt alles nichts, Genauigkeit auch nicht. Wir könnten die Dauer erhöhen, sogar gut erhöhen, aber das bringt bei ihr gerade nichts. Also Intensität zu weisen und dafür fällt bei ihr der Schwächungszauber mal raus. So, jetzt dürfte sie ihre eigene Waffe eigentlich buffen können, oder? Jo. Ja, schon ein bisschen anhält. Gut. Turm des Berges bei Vendriansbrunnen. Dort wollte ich rasten. Auch wenn das bei Tötet im Schatten. Kontraproduktiv ist, da sie mit ihrer einen Wunde Boni erhält. Oh, ich denke mal, wir können hier ganz schnell wieder Wunden zufügen. Ich hatte hier einen Händler, nicht wahr? Oh, hier ist ein neuer Gegenstand zur Verfügung. Und hier sind zehn neue, das ist auch gut. Wahrscheinlich, weil wir jetzt wirklich trainiert haben. Unterricht in ein Hand, in ein Hand und zwei Handwerfen. Einen von den beiden könnte ich fast schon entlassen, weil... Ein Hand, zwei Handwerfen können beide... Und ausweichen auch. Ich würde wahrscheinlich Schwertbrecher entlassen, aber wen heuere ich dafür an? Revos? Nö. Ja, zu Leichenauge möchte ich auf jeden Fall. Der Rest ist alles Gilder, also Leichenauge. Wo steckst du? Schwertbrecher? Schicksalsbinder, was hast du eigentlich zu sagen? Vor dir steht ein alter Mann im Gewande des Schicksalsbinders. Er scheint in Gedanken versunken zu sein und die Details des Turms zu studieren. Nach einer Weile blickt er zu dir und lächelt schwach. Schicksalsbinder Breno, ja, es freut mich, dich endlich kennenzulernen. Er verbeugt sich, wobei du das Gefühl hast, dass er nur pro Format tut. Ich bin Schicksalsbinder Zesper oder Kesper. Du hast das Gericht um einen Ausbilder gebeten. Ich wurde damit beauftragt und ich habe Wein mitgebracht. Er hebt zum Gruß eine tönerne Flasche. Wein? Der beste Wein des Nordens. Einen ganzen Kahn voll mit Fässern. Es waren sechs Tiermenschen nötig, um ihn zu ziehen und jeder verdammte Eisenring hat sich gelohnt. Wenn ich nur nicht dieses Südgesöff trinken muss, heb die Flasche an den Mund. Na dann lass ihn mal trinken. Welche Art von Ausbildung bietest du? Man könnte sagen, dass ich alten Hasen neue Kniffe beibringe. Ich breche die unerwünschten Angewohnheiten meiner Schüler, damit sie sich neu zulegen können. Wobrechen hier das zentrale Wort ist. Er grinst und trinkt einen Schluck Wein. Etwas zu verlernen kann weitaus schwieriger sein, als es zu lernen. Erzähl mir was über dich. Ich fürchte, diese Geschichte ist viel zu lang, um sie jetzt zu erzählen. Er lacht humorlos. Sagen wir einfach, dass ich schon länger Mitglied von Thruns Gericht bin, als die meisten anderen Schicksalsbinder. Und daher langsam anfangen muss, mich auf meinen Anteil zurückzuziehen. Auf meinen alten Teil zurückzuziehen. Offenbar zählt dazu nun auch, dass ich in den Kurs verlassenen Stufen aushilfe. Er blickt wieder zum Horizont. Wobei ich zurückgeben muss, dass der Ausblick spektakulär ist. Fangen wir an, ja? Hervorragende, hervorragend. Arbeite ich mit dir persönlich oder soll ich lieber ein Mitglied deiner Volksschaft neu ausbilden? Ich bin ein wenig eingeroßt. Arbeiten wir zusammen? Also ja, ich könnte hier meine ganzen Punkte für den jeweiligen Chart zurückholen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich bin eigentlich mit meinem Talent-Tree so weit zufrieden. Und ich glaube, ich switche dann wieder auf leichte Rüstungen zurück. Oh, kurzer Leck. Oder Tonaussetzer. Ja, und da haben wir ein benutzbares Gift gekriegt, von dem ich schon vier Stück habe. Ja, Barrick ist mit der Sonnenlanze wirklich besser bedient, muss ich sagen. Also kommt das Artefakt auch mal hier rein. Und auch die Ausrüstung kommt mal weg. Ich werde einfach mal eine Schicksalsbinderausrüstung neu. Also hier meine zeremonielle Rüstung mal ein bisschen verbessern, wenigstens auf blau. Dass ich mit der mehr Schutz habe. Und Barrick werde ich alles auf blau bringen und die Rüstung auf lila sogar. Jo. Schädel und Waffe sind okay soweit. Bei Lyra müsste ich mal gucken. Die Lederrüstung eines Plünderers ist auf jeden Fall besser als die... ...se Rüstung hier. Vor allem hat sie dieselbe Erholung. Also werde ich die eben mal auch bei ihr ein bisschen hochpumpen. Bei Töte den Schatten kann ich nichts verbessern. Und ja, wie gesagt, bei Barrick. Waffen wollte ich bei ihr... Mal gucken, dass ich was verbessere. Und zwar einmal ihren Darmschlitzer. Das ist ja, glaube ich, eine ihrer Waffen, oder? Ja, das ist eine ihrer Waffen. Und das ist die andere. Also Rotfuße und Darmschlitzer. Will ich mal gucken, ob ich sie verbessern kann. Wenn nicht, hätte ich da noch einen Brosse-Kartar. Ein Helm hatte sie ja keinen. Und der Grabbogen. Das ist ein Artefaktbogen. Vielleicht können wir den auch noch verbessern. Weil er nur lila ist. Gut. Das heißt, hier ist auch so weit alles erledigt. Dann zum Turm des Ozeans. Schade, dass ich die Türme nicht selber benennen kann. Sonst würde ich einen da von Ort Tank nennen. Was hast du an Ausrüstung für mich? Ich zeige es dir. Das waren sogar zwölf Sachen, die er jetzt für mich hatte. Das war sehr gut. Ich fahre diesen Schwertgriff in den Atmung. Was kannst du mir darüber erzählen? Das sieht aus wie der Heft vom Wächter. Einer der besten Schwerter, das die Eisengebundenen je gespielt haben. Mit dem könnte ich jetzt die Nacht bilden, wenn du willst. Ich möchte, dass etwas für mich schmiedes. Was haben wir denn? Stiefel des Nachtschreiters. Du bist sogar eine leichte Rüstung. Bräuchte ich einen Hundehautmantel. Da muss ich echt die Augen offen halten, wo ich einen Hundehautmantel herkriege. Unterpanzer will Kommandanten. Was bist du? Du bist eine schwere Bronze-Rüstung. Ich habe genug Bronze-Barren und den einen Eisenring kann ich mir auch leisten. Also stell das mal für mich her. Artefakte sammle ich nämlich gerne. So. Schmiede, wähle eine Waffe oder Rüstung. Aus. Dieser Gegenstand kann nicht abgegradet werden. Na, du... So. Das ist jetzt mal Barracks-Ausrüstung. Das ist... Das ist... Ja. Ja, wir sind schon auf knapp sechs Eisenringe wieder runter. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass wir die Sachen upgraden. Eine Rüstung. Ein Haufen mehr Schaden. Äh... Bonus-Rüstung, was Hieb und Schmetter angeht. Und erhöht der Abwehr im Prozent. Das ist auf jeden Fall gut. So. Was ist mit ihrem Bogen? Könnte ich abquälen? Wacht... Was? Erhöht auf jeden Fall den Schaden erheblich. Reichweite bleibt. Rüstungsdurchdringung wird erhöht. Nö, das lassen wir erst mal so. Wenn ich die erhöhe. Genauigkeit. Und Schaden wird dadurch erhöht. Hier. Hier auch Genauigkeit und Schaden, oder? Ja. Wäre eine Möglichkeit. Weil wenn, da hätte ich gerne ihre beiden Standardwaffen wieder. Oder eben halt diese Waffen. Weil das Branche-Schwert aus dem unbeugsamen Land und Gefahr im Verzug. Jagend. Bonusschaden pro 1% fehlender Gesundheit. Das ist nicht so toll. Obwohl... Naja, Lyra kriegt ziemlich still auf die Nase. Dann würde ich hier doch lieber diese Bronze-Kartars geben. Die sind auf jeden Fall... ...haben eine höhere Genauigkeit, wenn ich richtig sehe. Vor allem so ist es richtig mächtig. So hat es nur Plus. So hat es nicht viel Plus. Jetzt ist es grün. Jetzt kann ich es nur mit dem Branche-Schwert aus dem unbeugsamen Land vergleichen. Also wenn ich das so machen würde, dann hätte sie zwei von den Bronze-Kartars. Ah, lassen wir es erstmal so. Gut. Bei mir noch was upgradbar. Himmelsklinge Wurfspeer. Der ist eigentlich ziemlich gut. Wobei ich gerne eher einen... ...vor den guten Wurfspeeren... ...fallen suchen dort. Der ist ziemlich mächtig eigentlich, oder? Weil hier habe ich ja einen Himmelsklinge Wurfspeer. Noch einen in lila. Ich habe hier einen eisernen Wurfspeer in lila. Der ist schlechter. Das Ding ist genau gleich gut. Der bronzene Wurfspeer ist auch gleich. Mit dem hätte ich halt treffsicher noch mit drauf. Also um Plus 5 Genauigkeit. Ich wage es einfach mal, den zweimal Abzug wählen. Da ist er nämlich lila eigentlich. So. Jetzt sind wir auf genau 5 Eisenringe runter. Und suchen da... Wo bist du jetzt? Da? Bist genau genauso gut wie der Himmelsklinge Wurfspeer. Hast aber erhöhte Genauigkeit. Mhm. Hm? 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 Vielen Dank.